Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp-Lindfort. Heute ist der 24. Dezember bzw. der 23. Dezember. Wir drehen das einen Tag vorher, aber das weiß ja niemand. Ich wollte euch noch wünschen, wirklich Freude Weihnachten. Schöne Weihnachtstage. Erholt euch mit euren Familien. Ich hoffe, ihr habt da ein paar schöne Tage. Sascha hat sich was für euch vorbereitet, was lustiges, damit euch der Heiligabend oder der 24. Dezember etwas mit guter Laune beschert. Das kommt jetzt in Anschluss nach meiner Ansprache. Sagen wir mal so Ansprache? Kann man so sagen, Weihnachtsansprache, wie so Präsident. Auf jeden Fall schöne Weihnachten, alles Gute und ja, wir hoffen auf das nächste Jahr 2021, dass es ein bisschen besser, ein bisschen schneller und noch perfekter wird wie 2020. Vielen Dank und bis dann. Ich sag immer, Api ist ab. Na 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 na. Gute Laune, Freitag, weißt du Bescheid. Essen ist da. Hat schon jeder gehört, Frau Leih. Ich könnte mir ein Bad leihen. Atme. 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 Ich bin der Weihnachtsmann mit den dicken Sacken. Da sitze ich da, wie mein Preis ist heiß. Der Geruchsentz. 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 Der Geruchsentz. Hier kommt noch zu Dicca Cup Wings. Wir haben ein Projekt. Hier auf dem Seinschlein. Oh, jetzt habe ich die Felge kaputt gemacht. So und herzlich willkommen und zum neuen neuen. Und das machen wir jetzt. Bei der Kia. Entschuldigung Hyundai. Tür. Hier kommt man. Ich gebe dir zehn, wenn das über Kopf ansieht. Drei. Drei. So hoch können wir schön 360 machen. Ja, wieder hoch. Also hier jetzt. Aber jetzt ist das kein Problem. Ich habe trainiert, weißt du. Bei McDonalds. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mir noch nie, glaube ich, die Schnurrsäcke zugemacht. Die macht die so immer rein. Weil ich finde die hässlich. Oh. So, jetzt geht der Matthias, das ist ja besser. Ja, das Auto da machen. Auf der Autobahn. Den Geruchsentz. Bin ich doof, oder was? Ich kann mal Kassettenradio einbauen. Oder zwei sogar. Oder Plattenspieler. Wann du Spaß? Die ist richtig kalt. Ja. Wir haben hier Fußbodenheizung überall. Die läuft auch. Aber die lüften auch. War weg. Schnippelduppel. Schnipp, schnipp. Ich komme runter, ja? Ja, komm mal runter. Oli, triffst du kein Loch? Ist mit dir los, Kollege. Blue Angel heißt er. Mein Gott, woher kommt? Die ganze weg. Habt ihr gesehen? Die falsche Spitze gegeben. Deswegen dringt er sich um. Ja, klar. Ja, klar. 30 Jahre später. 3000 Jahre später. Der Oli ist nervös, der hat reingefallen. Warte mal, denkst du, bist fertig oder was? Klar. Lass mich das machen. Chef ist Chef, sag ich dir. Warum wir das gemacht haben. Hi, mein Name ist Andreas Bercic. Das ist mein Gründal. Und das machen wir im Video rein. Bremse treten, Gaspedal, Launch Control. Oh ja. Demi schlägst bei Regen. Oh ja. Da würde ich stehen. Ja, alles gut. Okay, wir fahren nochmal. Hat ja keinen Zweck. Wir tauschen heute. Ich bin der Chef. Wir sind unsere zwei Lagerarbeiter. Der mit dem blauen Pulli ist der Beste. Ich bin der Chef-Lagerist hier. Komm ich ins Feld. Tschüss meine lieben Abonnenten. Wir teilen das Video und kommentieren. Ja.